Dann kriegen wir die Region auf 20% Lichtgeschwindigkeit und können dann die Hirchen-Experimente durchführen. Sie sehen, es verästigt zu verschiedenen Plätzen. Oder wir können sie in den Ring reinschließen, doppelanschleunigen und dann hier hinten Experimente durchführen. Da sehen Sie, hier ist noch ein kleiner Ring. Das ist auch ganz beschleuniger wie dieser im Prinzip, aber den kann man auf andere Zwecke für Experimente an sich umführen. Man kann mit dem Ding selber diskutieren. Den können wir nachher anschauen und sagen, ich freue mich. Auf jeden Fall drehen wir hier maximal Geschwindigkeit und den Preisbeschleunigung von 90% der Lichtgeschwindigkeit, also fast 300.000 km pro Stunde. pro Sekunde. Pro Stunde, pro Stunde, ne, pro Sekunde. Also unvorstellbar schnell. Und da können wir weltweit, gibt es vielleicht eine Handvoll Anlagen in Japan, in Russland, hier in Europa, hier in Genf, die das überhaupt nur schaffen, diese Geschwindigkeit. Was keine andere Anlagen mehr kann, nur hier, hier im Gastland, hier vorne, wo man es hier unten erzeugt, vor uns beschleunigen kann. Da können wir alle chemischen Inventen reinstecken. Also ganz schön großes, große Anlagen, die hier brauchen werden, wird dann in internationaler Zusammenarbeit auch gemacht. Das ist ja noch ein rein deutsches, deutsche Gesellschaft, aber mit internationalen Forschern, die hier herkommt. Das ist ja der Einungsrohr, ja. Das ist die Therapie, ja. Das Wichtige erstmal sind die Rote und Orange. Rot sind die, das sind beides Magnete, Elektromagnete. Und die Roten liegen dazu, den Teilchenstrahl fokussieren, also zu bündeln. Hier sind die Magnete, die Führungs-Magnete nennen wir den. Und hier ist der Teil bestreue. Durch hier, die Bestreue. Die Schleife. Der ist der Teil, die Schleife. Hier liegt dann Hochspannung an und hier liegt nur zwei Platz noch hinter, sozusagen. Wer ein bisschen angeschoben? Ja, so wie gesagt, das ist mehrere Jahre Beladungsphase, Aufbauphase. Da sind Teile in Russland, in den Stadtmärchen gebaut worden. Hier liegt die Fahrt worden. Und dann wird da nicht nur ein Bad im Messpunkt dann wieder abgebaut, sondern dann wird das für Jahre so ein ganzes Messprogramm, was man dann vorgibt. Hier interessieren sich die Forscher für den Zusammenstöchen bei ganz hohen Geschwindigkeiten, bei höchsten Geschwindigkeiten, wie wir hier hier kriegen. Und wenn dann eben ein Atom auf die Materialprobe trifft, bei hohem Geschwindigkeit, dann kann man was passiert da wohl mit dem Atom oder dem Atomperl. Das selbe wie wenn es nur auf dem Atomperl. Das ist der Grund, wenn es nicht so toll ist. Das ist das Kuiper, dass dieührung bis auf dem Atomperl. Stärkig werden die Fahrt hochgefahren. In der Tatomperl. Vielen Dank.